Der Begriff Just Asi beschreibt in den modernen Geowissenschaften Schwankungen des Meeresspiegels in globalem Maßstab. Geschichte und Begriffsdefinition Die Bezeichnung eustatische Bewegungen stammt von dem österreichischen Geologen Eduard Süß, der damit das Vorrücken und den Rückzug der Küstenlinien in geologischen Zeiträumen bezeichnete, als Ursache für das Zurückweichen der Küstenlinien. Verbunden mit Lücken oder der weiten Verbreitung kontinentaler Sedimente in der geologischen Überlieferung des entsprechenden Zeitraums, führte er das Einsinken der Meeresbecken an. Das Vorrücken der Küstenlinien, verbunden mit einer Ausbreitung mariner Sedimente in der geologischen Überlieferung des entsprechenden Zeitraums, erklärte er mit der allmählichen Auffüllung der vormals eingesunkenen Meeresbecken durch Sedimente und der daraus resultierenden Wasserverdrängung. Heute sind Justasi bzw. eustatische Meeresspiegelschwankungen definiert als Schwankungen des Meeresspiegels relativ zu einem von geologischen Prozessen nicht beeinflussten Fixpunkt, wobei es sich bei letztgenanntem in der Regel um den Erdmittelpunkt handelt, Ursachen. Als Ursachen für eustatische Meeresspiegelschwankungen gelten zwei wesentliche Faktoren. Änderungen im globalen Wasserhaushalt, die zu einer Änderung des Volumens des Wasserkörpers in den Ozeanbecken führen. Änderungen des Volumens der Ozeanbecken. Punkt. Es ist hinzuzufügen, dass prinzipiell keiner der im Folgenden aufgezählten Mechanismen für sich allein wirkt, sondern dass sie sich gegenseitig überlagern, wobei es zu Verstärkungs- oder aber zu Abschwächungseffekten kommen kann. Änderungen des Meerwasservolumens Der bedeutendste Mechanismus hierfür ist die Bindung bzw. Freisetzung von Wasser in bzw. aus kontinentalen Eisschilden, auch als Glatzeleustasi oder Glatiojustasi bezeichnet. Dies kann zu Schwankungen des Meeresspiegels in der Größenordnung von 10 bis 100 Metern innerhalb von 1000 bis 100.000 Jahren führen. Während der letzten globalen Vergletscherungen im Pleistocene waren große Wassermengen der Hydrosphäre im Innanteis der Nordhalbkugel gebunden. Dadurch befand sich der Meeresspiegel bis zu 130 Meter tiefer als heute. Die Freisetzung der in der jüngsten Pleistocenen Vergletscherung im eisgebundenen Wassermaßen führte unter anderem im heutigen Nordseebecken. Das während der Eiszeit trocken lag zum Anstieg des Meeresspiegels. Dieses regionale Ereignis mit Glatio-eustatischem Hintergrund ist als die flanderische Transgression bekannt. Noch heute befinden sich enorme Mengen an Wasser in den Eisschilden, die Grönland und den antarktischen Kontinent bedecken. Ein komplettes Abschmelzen dieser Eiskappen würde zu einem eustatischen Anstieg von etwa 73 Metern führen. Weniger dramatische Schwankungen rufen die Volumenausdehnung bzw. Schrumpfung des Meerwasserkörpers durch Änderung der Wassertemperatur und die Bindung bzw. Freisetzung von Wasser auf den Kontinenten in bzw. aus Grundwasserreservoirs und Oberflächengewässern hervor. Änderungen des Ozeanbeckenvolumens Die bedeutendste Ursache hierfür sind Schwankungen der Ozeanbodenspreizungsrate. Erhöht sich die Rate der Ozeanbodenspreizung, d. h. Entsteht an den mittel-ozeanischen Rücken mehr neue ozeanische Kruste oder viel mehr Litosphäre in kürzerer Zeit. Dann vergrößert sich der Anteil des Meeresbodens, der von junger ozeanischer Litosphäre eingenommen wird. Da junge Litosphäre eine geringere Dichte hat als alte und dadurch relativ leicht ist, liegt sie höher auf der Astenosphäre als alte Litosphäre, wodurch viel mehr Wasser aus den Ozeanbecken verdrängt und auf die Kontinente gedrückt wird. In Phasen mit geringerer Ozeanbodenspreizungsrate gibt es weniger junge ozeanische Litosphäre. Das Gesamtvolumen der Ozeanbecken ist dann größer und bietet dem globalen Meereskörper mehr Platz. Schwankungen der Ozeanbodenspreizungsrate treten in Größenordnungen von 100.000 bis 10 Millionen Jahren auf und können zu eustatischen Meeresspiegelschwankungen von einigen 10 bis zu einigen 100 Metern führen. Der Zusammenhang von Ozeanbodenspreizungsrate, Volumen der Ozeanbecken und Eustasie wird auch Tectono-Eustasie genannt. Der Eintrag von Sedimenten in die Ozeanbecken von E. Süß noch als Hauptfaktor des Anstiegs des eustatischen Meeresspiegels vermutet, ist tatsächlich nur in sehr geringem Maße für die Volumenänderung der Ozeanbecken verantwortlich. Sein Einfluss auf die Eustasie liegt bei maximal wenigen 10 Metern Meeresspiegelschwankung in einem Zeitraum von einigen 10 Millionen bis einigen 100 Millionen Jahren. Im Laufe der vergangenen 500 Millionen Jahre besaß die Erde die meiste Zeit keine großen kontinentalen Eisschilde, weshalb Tectono-Eustasie der erdgeschichtlich dominierende Faktor für bedeutende globale Meeresspiegelschwankungen sein dürfte. Eine der erdgeschichtlichen Epochen mit dem höchsten globalen Meeresspiegel war die frühe Oberkreide. Es wird angenommen, dass der eustatische Meeresspiegel 100 Meter und mehr über dem heutigen Niveau lag, was allein durch das Abschmelzen kontinentaler Eisschilde nicht erklärt werden kann. Zumal sich die Erde im gesamten Mesozoikum in einer Treibhausklima-Phase befand, größere Inlandteismassen also ohnehin nicht vorhanden gewesen sein können. Stattdessen wird eine erhöhte Ozeanbodensbreizungsrate als Ursache vermutet. Geoidal Eustasie Dieses ebenfalls unter dem Begriff Eustasie geführte Phänomen betrifft nicht den globalen Meeresspiegel, sondern die Verteilung des Meerwassers in den Ozeanbecken in Abhängigkeit von schweren Anomalien des Erdkörpers, was in Gebieten mit einer positiven schweren Anomalie geringfügig höhere und in Gebieten mit einer negativen schweren Anomalie geringfügig niedrigere Meeresspiegel zur Folge hat. Da das schwere Feld der Erde nicht nur regional unterschiedlich stark ist, sondern sich auch aus verschiedenen Gründen in geologischen Zeiträumen ändert, ändert sich auch die Verteilung positiver bzw. negativer schwerer Anomalien an der Erdoberfläche und entsprechend erfolgen in den Weltmeeren geoidal-eustatische Meeresspiegelschwankungen, wobei es dann auch regional Unterschiede gibt, ob der Meeresspiegel steigt oder sinkt. Daraus folgt wiederum, dass zum Beispiel Glatio- und Tektono-eustatische Meeresspiegelschwankungen nicht tatsächlich global einheitlich sein können, sondern regional, je nachdem wie sich das regionale Schwerefeld im betrachteten Zeitraum entwickelt, stärker oder schwächer ausfallen. So führt das schnelle Abschmelzen kontinentaler Eisschilde zwar zu einer Erhöhung des Volumens des Wasserkörpers der Weltmeere, jedoch führt es in jener Region, die vom Eis befreit wird, auch zu einem Absinken des Geoids, da die isostatischen Krustenbewegungen, durch die der Mars-Inverlast kompensiert wird, deutlich langsamer vonstatten gehen als das Abschmelzen. Dies wiederum hat einen regionalen geoidal-eustatischen Meeresspiegelabfall zur Folge, der den glatzeleustatischen Anstieg abschwächt. Bei Zunahme der Wassermenge in den Ozeanen, die im Wesentlichen glatzeleustatisch verursacht wird, kommt es zu einer isostatischen Absenkung der Meeresböden, ein Effekt, der als Hydroisostasi bezeichnet wird. Im Gegenzug heben sich die Kontinente, und zwar um den doppelten Betrag der Absenkung der Ozeanböden. Dies kann sich in deutlichen Unterschieden in der Sedimentüberlieferung ozeanischer Inseln und der Kontinentalschälfe äußern. Der erstgenannte die hydroisostatische Absenkung der Ozeanböden mitmachen, letztgenannte aber eine Hebung erfahren, relativer Meeresspiegel. Dem eustatischen, sich global ändernden Meeresspiegel steht der sogenannte relative Meeresspiegel gegenüber. Der Begriff bezieht sich ausschließlich auf Meeresspiegelschwankungen in regionalem oder lokalem Maßstab und spielt vor allem in der Sequenzstratigraphie eine wichtige Rolle, wo er alternativ auch als Akkommodationsraum bezeichnet wird. Er wird nicht relativ zu geologisch stabilen Fixpunkten gemessen, sondern relativ zu einer willkürlich bestimmten Fläche innerhalb der Erdkruste, was zum Beispiel die Oberfläche des Basements eines Sedimentbeckens sein kann. Es handelt sich also um den in der regionalen oder lokalen Sedimentüberlieferung direkt ablesbaren Meeresspiegel, der sowohl durch die verschiedenen Formen der Eustasie als auch durch regionale Tektonik beeinflusst wird. Echte eustatische Schwankungen können nur durch einen überregionalen Vergleich von Sedimentabfolgen eines bestimmten geologischen Zeithabschnittes identifiziert werden. Ein weiterer bedeutender Unterschied zur Eustasie ist, dass die Sedimentationsrate einen sehr bedeutenden Einfluss auf den relativen Meeresspiegel hat, wobei, im Gegensatz zur Eustasie, starke Sedimentation hier nicht zu einem Anstieg, sondern zu einem Abfall des Meeresspiegels d. h. zu einem Rückzug der Küstenlinie oder zumindest der Abnahme der Wassertiefe im betrachteten Ablagerungsraum führt. Die Untersuchung Mittelkriterzischer Sedimentabfolgen ergab, dass der relative Meeresspiegel seinerzeit lokal bis zu 250 m über dem heutigen Wert lag. Daher wird angenommen, dass bei der Überflutung weiter kontinentaler Bereiche in der frühen Oberkreide eine generell verstärkte Subsidenz der Kontinente im Zuge der letzten Phase des Auseinanderbrechens der Pangaea eine gewisse Rolle gespielt hat. Auch die Meeresspiegelschwankungen der Ostsee in den vergangenen 10.000 Jahren sind Schwankungen des relativen Meeresspiegels und nicht allein. Eustatisch bedingt. So spielen hier die Sedimentzufuhr durch die einmündenden Flüsse und Neotektonik sowie weitere Faktoren eine wichtige Rolle. Des Weiteren hebt sich Skandinavien nach Abschmelzen der Eismassen der letzten Kaltzeit um einige Millimeter. Was zu einem Rückzug des Meeres an der nördlichen Ostseeküste führt.